Hallo Leute! Willkommen heute zu ein ganz neuer Projektes. Heute spielen wir Spots von Schwank und ich lache um die Bikini-Botten. Ach man, ich habe keine Ahnung warum ich wieder von vorne bin. Auf jeden Fall keine guten Zeiten, denn wir brauchen nicht wieder von vorne zu spielen, aber wir werden mal gehen. Wir bitten ja, wo wir stehen geblieben sind. Eigentlich ist es schade, es sollte ein Box drauf sein. Also die Abkürzung, die Wege. Ist aber leider nicht vorhanden, was Ewi schade finde. Leute, wir müssen jetzt fahren wieder von vorne anfangen. Genau, das meinte ich. Diese Stelle gefällt mir gar nicht, aber wir müssen Ewi durch. Ah je, wir haben keinen anderen Ball. Oh Leute, wir haben geschafft. Gott sei Dank. Hau uns bei ihnen her zum Spielwerk. Das ist gefällt. Ich habe keine Ahnung warum der diese Stich geknallt, aber... Ja, ich habe keine Ahnung warum der diese Stich geknallt, aber... Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Die Roboter gehen mir echt auf den Sack, aber... Ich werde nicht schaffen. Weg. Gut. Zum Glück sind die Zappel eigentlich angeschaltet. Ja, schon gut. Gut. Ich dachte schon. Dass er... ... solche Waffen wirklich gestritten wird. Warte. Gut. Wir haben geschafft. Gut. So. Genau das meinte ich. Hier waren wir. Okay. Ähm. Schönen wir die Roboter. Keine Ahnung Leute, aber... Sehr gut. Sehr gut. Gut. Bleib mal daneben geschossen. Ist doch schlecht, aber... Halb zu witt. Guck mal diese Ort an. Alter. Wie kann man sowas leben? Das ist ewige Gruselig. Aber okay. Ähm. Ich gehe weiter. Oh mein Gott. Voll creepy. Und der Robert reagiert nicht mal. Okay. Ja. Alter Leute, guck euch das mal an. Ach du Scheiße. Ist das creepy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mag das immer ich. Ich nehm. Ich lebe nichts anderes Leute. Ich mag die Hyper-Klinge. Ich lebe nichts. Okay. Wenn ich ehrlich bin... Ach so ja... O.K. Genau da, wo wir gerade weniger Wackel. Okay. Was schlecht. Warte mal. So Leute, ähm, ich war gespannt. Okay. Oh Gott, oh Gott. Aha, okay. Verdammt. Okay, Leute. Muffer. 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 Weiter. Okay, dass ihr komplettiert seid, dachte. Okay. Danke, danke. Direkt schocken. Oh Gott, oh Gott. Stay. Oh Gott. In 5 Sekunden. Ist das euer Ernst? Keine Ahnung, Leute. Ich kenne doch nicht. Also 5 Sekunden lang durch das Spiel. Das schafft nur der Weltmeister durch. Okay, ähm. 5 Sekunden. Also das ist ewig nicht realistisch. Weil, das ist nicht realistisch. 5 Sekunden kann doch keiner. Der schafft ja schon 5 Sekunden. Naja, komm. Zumindest bei solcher Steuerung schafft man ewig nicht 5 Sekunden. Aha, da vorne. Leute. Ja, das ist wichtigste. Zumindest. Nummer 1. I'm at a few bottom scavenger hunt. 3 years running. Thank you. Aha, okay. Alter, haben wir Glück gehabt. Das wäre richtig schlecht, wenn wir nicht hier wären. Wisst ihr? Ja. Okay. Gut. Alter, das ist kompliziert. Alter, das ist kompliziert. Genau, das meinte ich. Das ist kompliziert. Weil die Steuerung ist nicht so, wie es füllt einfach ist. Das ist so eine Scheiße, wirklich. Alter, sowas hat sich ultra, Leute. Wirklich. Sowas macht ewig keinen Spaß. Mach 10 Sekunden per, aber 5 Sekunden ist übertrieben. Übertrieben kurz. Okay, ähm. Vielleicht. Guck mal, wie kompliziert das ist. Alter. Alter. Okay, ähm. Wir schaffen das wieder. Boah. Alter, Leute. Wir haben geschafft. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Alter. Boah. Diese Kanone. Mach echt ärger. Gut, ähm. Mal sehen, was hier uns hier herfährt. Just my size. Okay, das geht leider nicht. Aha, okay. Okay, Leute. Ähm. Wir schauen mal erstmal in die Box, äh, diese Kanonen rein. Die Kanonen muss leider raus, weil... Das bringt nur Ärger. Gut, Leute. Ab da kann man hoch springen. Tief mal spannend. Okay. 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 Boah. Schaumwürste. Puh. Ich dachte schon. Okay, Leute. Ab da geht nur Chandy. Okay, ich wollte nach Ripper hier. Nein. Schaumwürste. Okay. Ähm. Mein Nodig? Okay. Nodig, früte. Tiefen, 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 Tiefen. Oh. 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 Okay. Eww. Ähm. Ich kann nicht glauben, dass ich Spongebob Unterwärm bin. In welche Richtung? Dort oder dort? Dann. Wir suchen zwei. Okay, gehen wir in diese Richtung. Gut. Wir gehen erstmal kaputt. Wir schon. Wo wir dort waren. Der Speicherpunkt. Motiviertel? fault. Wuh. Los. WmbHorfen, und Stению. Wir schauen, was wir an wegenvinズ. Höh, ich würde nicht schreien. Gut, ähm... Kainanloid, um... Good, 68 Mio 69 Mio Okay, es gibt hier noch kein Weg. Gut, dann müssen wir doch dahin. Okay, ähm. Okay. 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 Okay, es gibt noch diese Weg. Gut, dann fangen wir nach. Someone better make good use all these. Hey, ya! Gut, ähm. Gut, ähm, was soll ich jetzt machen? Okay. Woher denn? Gut. 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 Okay. Okay. Ähm. Loi. Wie das ganz einfach herauscheat. Gut, gut! Ah ja, Elektro-Schock. Elektro-Schock-Bot. Okay. Okay, that's better. What the way about being wild, anyway? Keine Ahnung. Verdammt, Leute, bitte in den Gefick. Verdammt, Chatting the World. Sorry, I can't. I can't get it. Okay. Okay! Bunga! Wir haben geschafft. Leute, ich habe nicht gedacht, dass wir es geschafft haben, aber wir haben geschafft. Dann nehmen wir Spongebob. Ich bin mir nicht sicher, deshalb. Okay. Ich nehme meine Vermutung, deshalb da eine andere Person drauf ist. Oh je, oh je. Das sieht dann gar nicht gut aus, aber... Verdammt. Na ja, ich halte einfach so, siehst ihr? Also, da weiß ich das auch nicht. Okay. Ah, schau ich raus. Gut, ähm... Ja, wir gehen jetzt rein. Das ist eine Mugierung. Barnacle Boy! Oh, are you on patrol down here? No, this is my second job. I work security. Now listen, if you want to reach the golden spatula, you need to shut off the museum's security system. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So free. I'm like you. Hm. Pay attention, kid. This is serious stuff. Now, if we don't get this robot thing resolved, shady shoals will shut down and I'll have to move back in with my son and his wife and his four screaming kids. Now, you see that vent on the other side of the museum? Hm. Okay. Ah, okay. Yes, sir! There are two pieces. There were only two and... That's where you exit the museum. Good luck, kid! I won't let you down, Barnacle Boy! I won't let you down. I won't let you down. I won't let you down. Good. Um, let's give me. I won't let you down. Okay. 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 Alright. Okay. Okay. Guys. That's more complicated than I thought. Okay, okay, okay Okay, um Ich kann mich da, ja, ich kann das gut Okay, wir haben geklappt Wir haben geklappt, wir haben geklappt Wir haben geklappt, wir haben geklappt Okay, ähm, da ist die Zocker Frau Pettig Wie die Roboter lachen Interessante Objekte haben die da in Modierung Gut Ähm Handy LOL Gut, ähm, da gehen wir weiter Oh Okay, ähm, hier gibt es zu viele Schläper Okay, wir haben geschafft Ich hab keine Ahnung, warum Patrick Wie der Fische beischielt, aber okay Ähm, ich hab euch die Spongebob an Okay, ähm Okay, das ist der andere Ich hab keine Ahnung, warum die Kunde ... ... Wir haben geschafft Keine Ahnung, warum die Kunde ... ... Okay, ähm... Okay, gut, ähm... Gehen wir weiter? Okay, ich kippe nur dieser Bild. Okay. Ja, das sieht eh wie dumm aus. Ich wirklich weiß. Wie kommt man da hoch? Ich komm eh wie nicht hoch. Es geht eh wie nicht. Blatt da hoch? Kann das sein? Ich glaub ja. Aber wohin dann? Ah, okay. Jetzt geh ich, Leute. Jetzt weiß ich. Okay, ähm... Wir haben geschafft. Diese Geister... Die Flagegeister gehen mir echt auf den Sack, Leute. Wieso? Okay, ähm... Gehen wir weiter? Dank... Oh nein... Gut, Leute. Wir haben geschafft. Gut. Ich bin mal gespannt, was er da macht. Ich bin mal gespannt. Interessante Roboter. Aber ich hab keine Ahnung, was das für ein Roboter ist. Vielleicht ist das eine Art Schübscher? Kann das sein, dass er sich schübsen will? Ich hab keine Ahnung, wofür der Roboter keine Wasser hat. Aber... Okay. Ähm... Wir gehen mal weiter. Ähm... Auf jeden Fall muss ich hoch. Verdiht mal. Puh. Warte. Wir haben geschafft. Wir haben geschafft. Oh nein. Warte. 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 Oh. Oh dear, da vorne ist noch einer Uh, Leute, wir haben geschafft, okay Okay, wuh, schnapp das nicht Alter Leute, euch sagt mal an Okay, das hat für die Roboter wirklich viel Aber, wir haben es geschafft Aha, da steckt alle der Roboter Na warte Gut Okay, wir haben es geschafft Okay, wir sind da hin Okay, wir sind da hin Okay, wir sind da hin Oh, das ist ein Monsterkopf Nicht schlecht Oder Leute, seid auch der Meinung? Okay, ähm Warte, bevor wir weitergehen Erstmal warten, bis das wieder zurückkommt Ich glaub, da vorne gibt uns nichts Besonderes Aber da vorne auf jeden Fall Verdammt, verdammt, verdammt Verdammt Oh Gott, oh Gott Okay, ich mach das schon Okay, ähm Da sind zwei Docken Und ich hab keine Ahnung Wir machen so Wir gehen erstmal dahin Oh 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 Ich hab nicht damit gerechnet was Wirklich Okay, ähm Nummer 1 In der Bequenidonam-Scavenger-Hunt 3 Jahre lang Danke Okay, ähm Ja, Leute Ich bedank euch für das Zuschauen Wir sind jetzt irgendwie noch nicht fett mit dem Museum Aber wir werden weitermachen Mal brauchen wir mit den Socken Aber ich glaub, das kann durch Zendidius Hm, wie gesagt Dank für das Zuschauer Video und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao